Das ist der dreijährige Araber Hengst Malakil. Er ist im Besitz des Haupt- und Landgestüts Marbach. Und er ist erst seit einer Woche hier, ist heute zum dritten Mal in der Reithalle. Er ist völlig roh. Dieses Beobachten an den ersten Tagen gibt uns als Ausbilder ganz viel wertvolle Hinweise auf Temperament und Charakter des Pferdes. Verhält er sich eher? Ist er neugierig? Ist er stürmisch? Aber auch auf sein Gleichgewicht. Fällt er eher in den Zirkel nach innen? Drängt er nach außen? Wie hält er seinen Hals? Eher zu tief? Eher sehr hoch? Was macht er mit der Hinterhand? Das sind alles Informationen, die ich jetzt mir aus der Beobachtung ziehen kann und die sehr wichtig sind für die Gymnastik nachher unterm Sattel.